Hallo und willkommen zum neuen Projekt und zwar Minecraft Town S2. Dabei sind der Daniel, der Bauer, das komische Schwein, der Klassi, der Asphalt, der Dorne und es kommen noch viele, viele mehr. Hallo, 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 das sind jetzt erstmal unsere Stadtleute, also wie schon gesagt, Town 2.0, ihr kennt ja das Minecraft Town Projekt. Von uns allen, wir haben einfach gesagt, wir haben einfach gesagt, wir haben einfach wieder Bock, so ein Town Projekt zu machen, wo einfach jeder wieder sein eigenes Ding durchziehen kann und auch mit anderen und alleine und je nachdem. Und dadurch, dass es auch so gut bei euch ankam. Richtig, richtig, dadurch haben wir einfach gesagt, wir machen einfach die Season 2 jetzt. Und zwar, zur Information, wir sind auf dem AT Launcher, den kennt ihr ja Mitarbeiter von uns aus Crack Pack und wir sind in dem Pack, DNS Pack heißt das. Das Pack hat, ähm, ich glaube, momentan 148 aktivierte Mods und hat wirklich einiges zu bieten. Äh, bin ich noch im, Moment, ich muss mal gucken, ich bin noch im, uh, ja, ich bin noch im Cheat Modus. Cheat da. Cheat da, Hex, Hex. Nein, jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Ja, aber ich bin natürlich noch, ich bin natürlich noch im Admin-Modus, jetzt zumindest die ersten 1, 2 Folgen. Ähm, Henning? Ja? Mach mal bitte das Schwein weg. Ich renne ständig irgendeinem anderen Schwein hinterher. Was ist ja das? Genau, also hier ist auch der Morph-Mod dabei und, und, und. Oh, ein Bauer. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen hier hinten in die Richtung. Ähm, ihr wollt jetzt runter in die, die, die flache Ebene, oder? Ja. Okay, na, dann, dann macht euch dahinter. Wir schauen, dass wir halt irgendwo hier oben bleiben, dass wir nicht ganz so weit auseinander sind. Dass wir irgendwo dann doch den Stadtcharakter, ein bisschen, aufrecht erhalten. Chris, wir könnten doch, Chris, wir könnten doch so ein, äh, riesen Baumhaus bauen bei den zwei Bäumen hier. Ja, könnte wir machen. Wäre eine gute Idee, wir dürfen nur deinen Baum nicht abbauen. Ja, sollte dann Leitern schon bauen. Mega-Tro. Mit Timberman an Leitern und so. Genau. Wenn ich noch ein drittes haue, so ein riesen Baum. Also, Chris, du kommst dann zu mir. So unterwegs? Ohne Workbench, das gut. So, ich hab hier schon mal ein bisschen was für, für Olds-Artikel. Olds? Äh, doch, weiß, guck mal, Torne. So. Wenn ich drei so riesen Bäume... Was ist denn, was ist denn, was ist denn, Bench? Das ist richtig geil. Ja. Ähm, was wollte ich vor dem Leitern? Alter, hier hieß ja, jetzt sieht's ja cool aus. Jetzt. Ja, deswegen hab ich mir gedacht, ja, das ist, weil wir jetzt gerade überall die komplette Welt rendern. Wir haben ja das Ding gerade erst hingestellt. Hm, schön, wenn du zuhörst. Das ist halt das Problem immer. Das schaut aber hier geil aus, ne? Wo seid ihr denn alle jetzt überhaupt? Ja, ja, wir sind ein Stückchen weiter noch gelaufen, hier durch das Stückchen Wald durch, wo wir gerade waren. Du siehst mich eigentlich rechts von dir, wenn ich... Ja, ich töte mal ein paar Schafe für Bette. Ah, wenn... Perfekt, dann kann ich hier schon mal ein bisschen Cobblestone abbauen. Quarried Stone? Aha. Ja. Jo, ich hab'n Rubberbaum. Plop. Ja, jetzt werd' ich immerhin und wieder zurückgebordnet. Was ist jetzt los? Irgendwie leckt das ein bisschen. Ja, leckt gerade ein bisschen. Ja, das ist, weil halt alle gerade die Welt neu rendern. Ach, jetzt ist der Baum kaputt. Und ansonsten muss ich halt wirklich... Ach, das ist, das ist wieder so ein... Ja, ähm, nee, das ist... Ähm, wenn du diesen Baum fällst, musst du dich kurz umdrehen. Nee, jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Ja, ab und zu ist das mal so, dass es den Baum nicht auflöst, sondern dass ich das umdrehen musste. Das hatte ich damals schon mal, als ich den Timbermord hatte. Die Leute immer noch baggieren. Äh, ist Timbermord hier drinne, oder was? Ja, ist. Ja. Ja, sehr geil. Also, ich prob schon mal... Äh, ich hol grad Rubber. Okay, und ich... Ich hab schon die erste Kohle hier. Am Stissel. Ja, gut, haben wir auch da. Ey, Henning, ich bau mich auf die eine Seite vom Fluss, du lieg auf die andere. Also, da kann man eine Brücke bauen. Ja! Lol. Auch bei mir jetzt gerade einmal, äh, kleine Zwischeninformation. Ich habe jetzt gerade keine, äh, Facecam an. Mein Gott, warum das? Dislike. Ja, genau, richtig fettes Dislike. Ähm, nur einfach, weil ich... Gerade, äh, nicht so... Richtig hiesig. ...prepared bin, ich sitze hier wie so ein... Pan, like a Paner, und, äh, ja. Das muss halt keiner so sehen, ne? Boah. Reicht, wenn ich mir da das im Spiegel angucken muss. Mach ein Foto für Instagram. Ja, mach ich gleich. Könnt ihr dann sehen, ne, bei, bei mir auf Instagram. Link ist in der Beschreibung. Bei mir nicht. Jetzt drehen mich einmal in den Kreis, nix. Gut, nein, haben wir auch nicht. Ja, das ist doch richtig. Alter, der hat eine Versicherung. Ja, das ist, weil die, weil wir momentan erst mal die ganze Welt hier aufbauen. Das ist ganz normal. Ey, das ist noch so ein Riesenbaum, das sind drei. Du musst immer dran denken, der, der Server läuft jetzt, wie lange läuft der Server? Ja, 20 Minuten. Ja, eben. Wenn, wenn überhaupt. Äh, eine Stunde. Ist denn da hinten? Wo hinten? Ist ganz nach oben. Schwarzer Baum. Äh, ja, da, wo die Bitter anfangen, könnten wir dann machen oder so. Habe ich da schon ein Zombie-Gel? Ja, da müssen wir uns irgendwie zum anderen Baum so eine Brücke überbauen und dann bauen wir auf die Brücke und zwei Häuser oder so. Oder drei Häuser. Drei Häuser, ich habe jetzt Raw Iron gekriegt. Und das kann nicht dann schmelzen, ganz normal, oder wie? Äh, ich habe keine Ahnung. Frag mich bitte jetzt noch keine Sachen, weil nämlich in der ersten... Oh, der ist Spitzhacke. In der zweiten Folge so, ja genau, ja, das ist das und dann, ja, dann machen wir das mal genau, ja. Ähm, wir haben hier drei so Riesenbäume in der Nähe, denen könnten wir jeweils immer eine Brücke bauen. Okay, ja, dann hätten drei Leute da oben ein Haus, ne? Denk da bitte dran, dass ihr auch irgendwie da hochkommen müsst, ne? Ja, wir haben ja eine Leiter. Wir bauen schon eine Leiter. Gibt es hier Elevator? Ja. Obwohl, ne, ich ba... Der letzte Baum ist ein bisschen zu weit weg, finde ich. Wo bist du hingelaufen, Chris? Äh, ich bin Richtung Wasser gelaufen und dann bin ich... Hier, hier drüben bin ich schon. Die Ingle habe ich vereinnahmt. Ach, die hast du vereinnahmt. Jo. Ich bin hier so schräg gegenüber. Wo bist du? Ja, Henning kann ja da bleiben, wo er gerade ist. Oh, hier. Dann haben wir so eine Dreiecksbeziehung hier. Oh, yeah. Yeah, sexy... Ähm, piep. Piep. Aber wie verhält sich das ja eigentlich mit dem Schlafen? Ist auch diese Mod drauf, dass nur 50% schlafen müssen? Weiß ich nicht. Können wir gleich testen, ich habe schon... Hier, ich bin jetzt hier oben beim Baum, siehst du mich? Ich sehe dich, ja. Hier bin ich, hier habe ich mir das jetzt schick. Okay. Okay. Schickimicki. Okay. Du bist da drüben? Ich bin da drüben. Hier gibt es aus mehr. Ja, du baust dich, du kannst dich ja so in die Richtung, wo du guckst, ausbauen. Ich baue mich in die Richtung, kann man zwischen uns mal Platz. Wie geht das? Oh, nee, Creeper! Ich wollte mich hier so in die Richtung, irgendwo. Ja, ich baue mich in die andere Richtung, hier so Richtung. Ja, das ist sehr gut. Danke. Sehr gut. Achso, und was ich vorhin noch vergessen habe dazu zu sagen, wir spielen aktuell auf der neuesten Minecraft-Version. Das heißt, wir spielen momentan auf der Version 1.7.10. Ne, also wir spielen... Wärts ist dunkel? Nein. Alter, das sind die Wolken, die das so dunkel machen. Geil. Normalerweise sind Mods immer so ein bisschen hinterher gewesen mit... Außer der. ... mit Dingen, aber der Mod ist wirklich genial. Also die ganzen Mods gibt es jetzt auch schon auf 1.7.10. Dann kommen wir... Ah, dann... Deswegen haben wir den ja auch unter anderem ausgesucht. Ja, ja, das war eines der Argumente. Ja. Erstens, viele, viele Mods. Zweitens, auf der neuesten Minecraft-Version endlich mal nicht mehr auf 1.5.2 oder 1.6.4. Und so weiter und... Was uns hier, äh... Ja, was hier so passiert, das, äh... Werden wir sehen. Was uns hier erwartet. Ja, wie gesagt, also ich hab mich mit dem Peckfeuer 0 beschäftigt. Ich auch nicht. Auch nicht. Aber das wird wahrscheinlich relativ flüssig werden. Ja. Aber ich hab mich jetzt dazu entschieden, ich bau zwischen euren Bäumen unten sozusagen auch noch einen Baum. Ich bau ne Brücke. Aber was ich mir auf jeden Fall noch reinmache, ist ne Minimap. Sonst kommst du hier gar nicht mehr zurecht. Die hab ich schon drin, ne? Die brauchst du denk ich bloß anzuschalten, oder? Wie bitte? Die brauchst du denk ich bloß anzuschalten, oder? Nö. Ne, also ich hab sie am Anfang ausgesucht. FLEETER MAUS! Ja. Ja, schon, aber du brauchst eigentlich bloß anzuschalten, weil sie ist eigentlich, eigentlich ist die Map drin. Mit welchem... mit welchem... Dann muss ich die nur aktivieren. Denk ich... Weiß ich gerade nicht, welche Taste das ist. Hm. Option... Ja, stimmt. In Singleplayer hat irgendwie das angezeigt, alles. Mods. Test 1, 2, 10. Mod Options. Ah, ich hab ein Upgrade bekommen. Wir haben schon Eisen, gell? Keine Ahnung. Oder du brauchst das. Braucht ihr Fledermäuse? Ja, die gibt's in den ganzen Höhlen. Kommt doch mit mir klar. Ja, wir haben ja auch nur 160 Seiten davon. Ja, hab ich leider schon gesehen. Also, bei mir sind's 119. Ach nein, doch, ich hab's mal kaputt. Bei mir sind's ein bisschen mehr. Kommt auf dem Bildschirm drauf an. Bau mal eine Kiste. Ah, das ist der Tag, kein Wunder. Also, ich hab jetzt hier unten mal Bett... Ne, ich stell die Bett woanders hin. Aber wenn die Wolken kommen, ist es echt dunkel. Das ist richtig geil mit Timber-Mod, ey. Ja. Ähm. Mein Team jetzt hier, sozusagen mein Team. Am Jährling-Timber. Ähm, wir brauchen eigentlich nur Fledermäuse. Dann bräuchten wir gar keine Leitern. Hm, so ein wie ich habe. Wir sind keine Teams, wir sind alle Team. Ja, ja, ich mein nur, die da hier bei mir wohnen. Ihr könnt die da ziehen. Ja, Fledermaus! Und ich weiß ja nicht, wie das ist mit anderen Leuten, die noch mitmachen wollen, jetzt eventuell. Ob wir da jetzt noch welche aufnehmen, oder... Ja, 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 das hab ich ja von vornherein schon gesagt. Also, es können definitiv noch Leute zujoinen. Gut. Wie zum Beispiel kommt ja auch noch der Sachsen hinzu, und so weiter. Genau. Mit dem nehmen wir dann auch nur auf. Also, nächsten Tage vorbeischauen. Und dann... wird das, denke ich, schon passen. Dass wir mal richtig volles Ding im Team hier werden. Das wäre richtig... Machen wir bestimmt wieder so einen Google-Doc, wo man sich eintragen kann, oder so. Das ist das Einfasseste. Ja, für Externe würde ich dann schon sagen. Oder halt einfach mal auf dem TS vorbeischauen. Ja. S.BauLP.de Ja, ich hab... Ah, du bist auch ne Fledermaus, Glassy. Ja. Ja, alle haben schon Fledermäuse, glaub ich. Gut, ähm, ich hab hier jetzt die Betten, wo genau soll ich die hin? Äh... Ich hab jetzt vier Betten schon mal. Aber mittlerweile geht's schneller, ne? Ja. Dass Bäume fällen und so weiter. Ja, aber richtig. Ja, das ist richtig geil. Der Server hat sich jetzt eigentlich recht gut erholt. Ja, gut, ich hab ihm aber halt auch 10 Gigabyte, ähm, Arbeitswecher gegeben, ne? Fast nicht. Ja, ich mein, bei Minecraft ist das ja nichts. Ja, weil's halt immer noch auf diese scheiß Java-Version läuft. Ah, jetzt hängt er aber wieder, ne? Neck. Hä? Ja. Ein bisschen. Ne. Ja, weil ich nen Baum gefällt hab, wahrscheinlich. Mann, wie der... Der Slack ist nicht so arg, wie auf anderen Server. Pick, 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 pick. Noll! Ich war ne Fledermausensetzung, wer hat mich mit einem Schlag getötet. Dorne ist das erste Opfer. Noob! Erste. Noll, ich hab Lava hier bei mir in der Nähe. Noob, noob, noob. Also, wo ist überhaupt meine Nähe? Noob, 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 noob. Oh, Henning hat endlich nen Ofen gebaut. Ah, ja, ich hab nen Ofen gebaut. Stell dir vor. Wer kann man hier nicht? Warte mal. Ich möchte das mal wissen hier. Warte mal. Was denn? Weiß nicht, ob das hier in dem Mod... Oh, geil, der ist auch mit drin. Was denn? Wie kann man nochmal, ähm, seine Grabsteine abbauen? Mit der Pigace, normalerweise. Ich hab keiner. Ähm, aber mit der Hand dauert's halt nen Mengen länger. Warte, wo denn? Also, hier. Hier unten, den da. Du, es wird langsam Schlafenszeit. Probier ich mal. Pass auf, wenn du ne Fledermaus bist, du bist... Nein, wir müssen alle schlafen, oder? Oh, Asphalt hat endlich seinen ersten Stamm aufgehoben. Äh. Ne, nein, hier, nur 50%. Hinlegen, Jungs. Hinlegen. Alle, die ein Bett haben, jetzt. Wo sind unsere Betten? Warte, 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 warte. Hier, ich hab beide drei Leute schlafen. Leg mich hin. Dann schlaft mal. Äh, muss ich zurückmoven. Ja, ich muss mich zurückmoven. Dann kann ich ja hier ein bisschen craften. So, und er geht auch noch schlafen, dann sind genug im Bett. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Good morning. Habt ihr gut geschlafen? Dieser Mod ist der beste überhaupt. Ja. Ich hab durchgemacht. Ja, stimmt. Ich hab auch durchgemacht, ey. Ich bin so arbeitsgeil. Ja, ich auch. Jesus, Rieper. Rieper. Pass auf, gell. BAUM CHRIS! Wie ist das so eine Scheiße? Alter, wie viel... Guck mal, wie viel hier Ding hier liegt. Hier ist voll viel Appetit, oh. Ich sag so, Achtung, Creeper, was macht... Appetit... Ich verschlaug dich mal. Appetit-Ohr brauchst du eigentlich kaum. Äh, auf den Feldern. So, ich mach jetzt das Rohr Iron, das kann ich einfach so schmilzen, angeblich. Vielleicht bei uns schon. Ingold. Iron Ingold. Ja. Wunder 10. Not really better than Iron. Yeah. Not really better than Iron. Was? Ja, du hast neues Archivment. Achivment. Achivment. Ja, ich hab ein Archiv. Not really better than Iron. Not really better than Iron. So. Ich hab schon mal ein bisschen Charcoal. Ich auch. Charcoal. Ich hab normale Coal. Ich hab ganz normale Coal. Ja, die normale Coal verbrenne ich aber nicht. Ja, das heißt Charcoal, äh. Die normale Coal verbrenne ich aber nicht. Nee, ich auch nicht. Ich bin Industrial Craft Spieler. Ich weiß, dass ich normale Coal brauche. Ja, ich auch. Ich hab die Coal nur kurz eingesetzt, um die erste Coal zu brennen. Man, diese Wolken hier nerven. Ja, bei euch, wenn ihr oberen Baum hundt, auf alle Fälle. Boah, das ist ja richtig awesome, man. Awesome. Deswegen hab ich mir bei mir die Wolken ab ausgemacht. Siehst du mein Crafting-Dings hier, Chris? Ja. So nen kleinen Slap hab ich nur, ne? Ach so. Ja, wenn du den... Also nen Slap-Furnace. Nee. Ach so, hast du diesen Crafting-Slap? Er hat beides. Nee, Crafting-Station. Und die behält alles drinnen. Ja, da kannst du noch ne Kiste daneben stellen, da hast du sogar noch nen Lagerplatz da drinnen. Ja, ich weiß, hab ich gerade gemacht. Ach, hätt ich auch mal machen können, aber ich baue mir jetzt noch ne Kiste. Ich hab ja ein paar Pfeile in meinem Kopf und so. Aber nur ein paar. Nur ein paar. Das passt gut. Ja, Donner. Ja, gut, beim zweiten Punkt konnte ich nichts dafür, ne? So. Das ist richtig geil, Alter. Ich hab das mal eben auch gemacht. Richtig awesome. Ah, das ist gut. So, was brauchen wir jetzt? Jetzt will ich am besten eigentlich... ...dass man ein Schwert haben. Ich brauch Stein. I'm to strike. Ja, Donner bewaffnet dich jetzt. Ja, ich komm dann mal. Aber die Wolken, die machen das richtig dunkel. Ja. Ich wiederhole mich. Denkst echt, das wird schon wieder nackt. Die Wolken hab ich auch soweit. Ja, also bei mir machen auch die Wolken alles dunkel. Ja, ich hab mein Opti-Fi noch nicht eingestellt. Ich hab alles so gelassen, wie es war. Oh, hier ist ein Creeper. Aber eigentlich ist es auch cool, dass es so dunkel wird, wenn die Wolken kommen. Wie ein Echt. Ja, ist wie ein Echt, ne? Ja, stimmt. Oh, wir haben unser erstes Kopf. Meadow Hive. Auf einmal kommt wieder irgendein Viech und ich würde mich. Ja, es sind Federmausen. Achtung, Henning, da läuft es tiefer rum. Oder bist du im Satz? Haben wir schon einen Ofen? Äh, nope. Junge, ich weiß, dass du das bist. Wie kann ich mich denn explodieren? Er will einfach. Ja, geh mal ran. Wie kann ich mich denn explodieren? Oh, keine Zeit. Gar nicht. Ach, wann, wann? Nee, weil das scheiße ist. Ich kann es ja explodieren. Kannst du ja zum Glück nicht. Du kannst dann das Zisch-Geräusch machen. Wie denn? Ja, gerade eben hat es gezischt. Hat es? Ja, aber ich weiß. Wie lange haben wir da eigentlich noch? Wie lange willst du aufnehmen? 20. Okay, haben wir noch drei Minuten. Oh, mein Gott, ein Creeper. Euer Ernst, ich muss gerade einen Ofen gehaften. Creeper. Haben wir nicht mehr? Okay, dann muss ich noch Holz holen. War nur der Bauer. Warte, 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 warte. Ich habe noch ein bisschen. Hinten sind schon mal... Oh, hier sind die coolen Rubberwäume auch schon. Just earned an achievement, time to farm. Was hast du gefarmen? Ich habe nicht gefarmen, ich habe... Gibt es beide Sorten von Rubber? Äh, eine Ding angeb... Gebaut, äh, eine Pig-Ace. Äh, halt so eine, so eine, so eine... So eine Hau. So eine Hau. Eine Hau. Achso, habe ich schon gewöhnlich. Eine Hau, eine Hie, eine Hau. Kocken-Sie habe ich gefeuern. Und Population und Seeds. Und Farm ist ganz wichtig. Du hast ja gesagt, dass mit der... Mit der Axt, ne? Ähm, dann kann man nur so viel abbauen, wie man noch drauf hat. Bei mir ist gerade eins gestanden und ich habe einen ganzen Baum noch abgebucht. Ja, ich habe das schon gesehen, das muss ich aber definitiv noch nach. Weil das unrealisch ist. Ich bin normale Polonien. Die brauchen wir. Das ist richtig geil, dass auch links unten in der Ecke angezeigt wird, wie viele Schläge du noch frei hast. Ja. Ja. Den Equipment. Und rechts das Ganze, wie Tag und so, in welchem Biom du willst. Ja. Auf welcher Höhe. Ja, Streamhills. Ne, das ist keine, das ist nicht die Höhe, das ist die, das Lichtlevel. Oder Lichtlevel. Wofür ist denn Dekamy Sodium Gem? Das fragst du. Leute, es gibt neue Items. Ja. Ja, auf jeden Fall. Endlich. Und richtig viel Kohle in so einer Quelle hier habe ich irgendwie das Gefühl. Eukalyptus. Cool. Leute, das ist ein Burst Blend Seed. Lull. Kann ich nicht anpflanzen. Keine Ahnung, kann ich nicht anpflanzen. Und Copper gibt es hier wohl auch relativ viel. Ja. Aber auch. Wird schon spannend. I, mit Eukalyptus war ich aber nicht, das schaut schwul aus. Ja, ein bisschen. Alle sind rosa. Äh. Willst du ja nicht ein bisschen Bienenzucht machen? Ja. Ja. Was ist das hier? Jetzt, wo ich es ein bisschen kenne. Dead Leaf Peel. Oh. Ich form hier gerade noch ein bisschen Kohle. Richtig gut, viel Kohle ist hier. Ja, ich kümmere mich erst mal ein bisschen um, 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 sicheren Unterschlupf und dann... Ja. Ja, es macht doch eigentlich mehr Sinn, aber... Ja. Er macht bei uns denn sicher den Unterschlupf. Äh. Gott, Chris, glaube ich gerade. Oh, fertig. Leckt schon wieder. Ja, das ist mir. Kratsch. Äh, was für ein Holz verwenden wir für da oben? Äh, wir haben genug Bötchen. Scheiße, ich komm ja nicht mehr raus. Körbische. Bäume. Bäume schon. Oh, Körbisch. Also, ich könnte jetzt den Redwood-Bomb da hinten abbauen. Ey, komm mal zu mir und neben mir abbauen. Wenn der Server abschmiert... Mach der nicht. Gut. Der Leckno-Core hat es bestimmt. Darf ich den absch... Darf ich den... Ne, warte. Das ist voll cool. Hier sind wieder zwei so nebeneinander. Die lasse ich mal. Uh, hier ist ein Pilz-Bomb. Du kannst... Du kannst ja... Die Redwood kannst du auch selber wieder anpflanzen. Musst halt ein Feld machen... Dann fände ich denn auch so riesig? Ja, musst halt ein Feld machen, sieben mal sieben. Die werden dann auch wieder so groß, ja. Ich kann mich in ne Pilz-Core verwandeln. Kann mich denn jemand melken? Mit Sicherheit. Die Zombies, die machen richtig gut Schaden, ne? Wollte ich nur mal so sagen. Ähm, ich wollte nur sagen, wir haben in der Nähe von uns halt so ein Pilz-Biom. Ja. Also in der Nähe von euch generell auch. Ich bin gerade tot. Ich bin dann in der Schlucht hier. Ah, hier sind die Level-Dings da. Die Level... Aua. Ne, weh. Die Level-Auas. Level-Aua. 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 Wo war ich? Wo war ich? Wie ist in der Town auch halt im Town 1? Wo ist mein Zuhause? Ich hab mein Zuhause verloren. Scheiße. Ja, tschüss. Na, ich muss nicht mehr wiedersehen. Auf jeden Fall an. Dann möchte ich... Ja, ich muss die auch auf jeden Fall dann haben. Ich würde trotzdem sagen, das war's für den ersten Part. Wenn's euch gefallen hat, euch das Projekt gefällt, dann schaut auf jeden Fall bei den anderen vorbei. Genau. Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Wenn's euch gefallen hat, wie immer Daumen nach oben. Und dann... Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.